Moin Freunde, ich bin hier gerade draußen in der Feldmark. Wunderschön das Ganze und ich habe da so ein bisschen was Neues für euch. Und zwar gab es bei mir so ein bisschen Zuwachs in der Familie und schaut einfach mal selber. Da ist er, der GT Union Striker. Das 2022er Modell mit Euro 5 Einspritzung. Die Töchterchen hat einen Lappen bestanden und da dachte ich mir, ich kaufe doch mal diesen Hobel hier. Reimt sich sogar. Ist schon ein geiles Geschoss, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Eine absolut coole Kiste ist das. Voll-LED, also Scheinwerfer, Blinker, Tagfahrlicht. Rücklicht, Bremslicht. Komplette LED-Ausstattung. Ist schon ein cooles Geschoss. Tacho. Ist natürlich auch digital. Moment. So sieht das Ganze dann aus. Ja, ist schon eine coole Kiste. Und im Anschluss nochmal ein kleines Video. Jezu. Ja. Wir sehen uns im L быen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.